Hallo und herzlich willkommen zu einer Wanderung auf den schönsten Aussichtsgipfel der Lechtaler Alpen, der Tanella Bayreute. Komm mit, wir zeigen dir diese schöne Bergwanderung und den unglaublichen Ausblick. Da steht's, Tanella 320. Die ersten Meter gehen hier noch über Forstwege durchs kleine Skigebiet, das es hier gibt. Aber wir haben das Ziel quasi von Anfang an vor Augen. Wir gehen jetzt im weiten Bogen erstmal darüber und dann über die hintere Flanke. Ganz da auf! So, los geht's, tausend Höhenmeter vor uns. So, nach wenigen Metern von der Straße geht's dann auch schon hier den Steig hinauf. So, ein wunderschöner Aufstiegsweg. Die erste Stunde schlängelt sich so im Zickzack durch den Wald. So, mit zunehmender Höhe wird der Weg auch ein bisschen anstrengender. Man hat relativ viele große Dritte. Und das kostet natürlich einfach viel mehr Kraft, als wenn man gleichmäßig nach oben gehen kann. Aber trotzdem sehr schön zu gehen. So, auf 1850 Metern. Ich glaube, jetzt haben wir die Waldzone hinter uns. Also, jetzt kann man schon mal ausschnaufen. Ganz schön anstrengend. Aber toll! Vorne übrigens, das ist die Zugspitze. Sieht man ja herrlich von hier. Das ist mal ein Pausenplätzchen hier. Genau die Hälfte des Aufstiegs haben wir 540 Höhenmeter. So, jetzt sind wir jetzt noch 1 Stunde 30 etwa gelaufen. Und, ah, herrlich. Und sowas geht natürlich gar nicht. Diese Kippenstimmeln. Dreckschweine. Also, ich meine jetzt nicht die Raucher. Ich war ja früher auch Raucher. Und habe auch am Berg geraucht. Bis Julia dann mal einen Taschenaschenbecher mitgebracht hat. Vorher habe ich es immer in die Hohsentasche gesteckt. Die filtern und dann steckt die ganze Hose nach kaltem Rauch. Ja, aber wegschmeißen geht natürlich gar nicht. Vorbildlich, wenn wir sind, packe ich sogar mal ein Bild ein. Und dann geht's weiter. Aufi. Freie Bergwelt mit Sicht. Hier unten wunderschön unser Ausgangsort. Bärwang. Und die Aussicht wird immer toller, je höher man kommt. Ein sehr schöner Aufstieg. Gut zu gehender Weg. Weil hier wird's jetzt ein bisschen kiesig, aber stört gar nicht. Das Gipfelkreuz kommt ins Licht. Da oben ist es. Dieser Aufstieg in dem steilen Kies. Das kostet ganz schön Kraft, aber dafür entschädigt auch das Drumherum. Es zieht sich schon, aber ich sehe die ersten Spitzen des Gipfelkreuz. Es motiviert dann immer so. Es setzt so die letzten Kräfte frei. Ja, da ist er. Hier ist das nicht. Schau dir das an. Feuchensee. Heiterwangersee. Plansee. Zugspitze ist gerade dahinter, aber die haben wir schon gesehen. Bio-Bieter. Fi-Stühre. Schau dir gut zu gehen. Letzter Blick auf das schöne Kreuz und die geniale Aussicht und jetzt geht es wieder ab ins Tal. Zurück vom Berg, also wirklich ein unglaublich schöner Aussichtsgipfel, also toll mit Zugspitze, Seen, Füßen, Schlechthal, alles dabei. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und schaut gerne wieder mal auf unserem Kanal vorbei.